Ich geh die andere Richtung. Guck mal, da hinten. Ida! Nein! Meine Fresse! Wer ist das? Ja, ja. Man nimmt hier einen Lieblingspull im Wehrholz. Das ist Ida. Hi. Ist das Buita? Ist das Jullo? Ist das Jullo? Ist das Jullo? Ist das Jullo? Kasselino! Hi Hors! Hi Hors! Hi Hors! Oh, Helloween picture, ja! Some spider visited you, ja? Hi! 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 Wie heißt es Baloo? Wie ein Wälder. Ja, ok. Und er mag es? Normalerweise. Er will ihn, ich glaube, den Bein zu schrauben. Er will ihn hier. Ist das für ihn, um mich zu beantragen oder um es zu clean machen? Das ist für, dass man sich mit der Lose befestigt und sich die Lose befestigt hat. Balu, mein Gott! So, die Schafen sind schon schon чистые. Jetzt werden sie sie aufgelistet haben. Valo und Picasso. Sie haben sie aufgelistet. Sie haben sie aufgelistet. Sie haben sie aufgelistet. Jetzt werden sie aufgelistet. Wie schön ist der Ballo. Wie schön ist der Ballo. Wie schön ist der Ballo. Ich habe mich verletzt. Ich verletzt mich. Und wie sagt man den typen Horsen? Westerne. Westerne? Ja. Oh, okay. Wie ein Cowboy. Cowboy, ja. Das ist der Stil der Räden. Die Sädele und die Bridele. Es ist ein bisschen anders als wenn man in ein Tournament sieht Horsen. Und die Sädele ist viel weniger elaboriert. Und das ist der Westerne typ der Räden. Oh, okay, okay. Aber ich habe gesehen, wie es die Biologische Kategorien nennt. Merin. 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 Ja. Merin. Ja. Merin. Ich schreibe nach Internet. Hier ist eine droit. Hier ist die Bride, die zum Beispiel im Räden. Das heißt, die Bridele ist mehr als die Bridele. Die Bridele ist eher ein sehr guter. Und es ist eine viel einfacher Art von der Bridele. Aber ich sehe, dass Baloo nicht liebt, wenn sie ihn filmen. Weil er schnürt, peln, tekstur und keine Ahnung. Er liebt ihm, er hilft ihm. Das Ziel, das geht immer schief. Also, normalerweise beim Ausreiten rufe ich dreimal oder sowas. Sherin, Lampen ist quasi 15. Britta! Ich mache ein Video von dir. Baloo, jetzt gehen wir mit dir. Nein. Nein. Das ist ein Moment. Nein. Ich nehme das Rode mit mir. Das ist etwas. Das ist das? Ja. Du bist mehr sportiver als ich bin. Aber ich sehe nichts, ist das normal? Ja, das ist normal. Das sollte gut sein. Ja. Wir werden jetzt hier meine K-Fahrer. Ja. 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 Das ist so schön. Ja. Ich liebe es. Ich liebe es. Ja. Ja. Es ist so schön. Ich bin sehr froh hier. Ja. Ich kann es euch vorstellen. Kannst du, bitte, um... No problem. Ja, der ist richtig tief beim Reisen, nur diese Kürberei mit, ja, das ist jetzt ein bisschen verbirgende Stuch. Das ist der Nationalpark Eifel, hier ist ein schönes Wald, ein schönes Wunsch. Ja, ja, alles sind berries. Cool, come here Balu, not with the trees, yeah it's enough, yeah here, oh so beautiful, we like to go in the forest, but we don't want to, so go on, come here, yeah. Oh mushrooms, yeah, take a photo, okay, not so hot, yeah, ballon, come, 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 go, come back and share the photo that you want to run, okay. Come. Uh. Научилась управлять лошадью, она меня слушается. Он, мой мальчик, и говорят, что не всех он слушается, но я успела с ним подружиться. Поверни, пожалуйста, дорогой. О, вот так вот мы ходим. Да, это круто. Пошли сюда, пошли в эту сторону. Давай, направо. Давай, мой хороший мальчик, молодец, молодец. Пологать. Привет. Балу, спасибо, мой парень. Both of you Ja? Ja Both was good, ja? Very good Ja Good boy Yeah, bye 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 dogs Bye bye